hallo und herzlich willkommen ihr lieben zu einer neuen runde call of duty in findet warfare ja und ich wünsche euch viel spaß dabei wir starten auch gleich los hier ich werde während der runde nicht so viel reden ist irgendwie cooler das meiste könnt ihr euch könnt ihr ja so sehen ich habe zusätzlichen missionsoptionen zugestimmt da in den runden auch das nicht so oft nicht so gerne gesehen wird wenn man so viel quatscht halte ich so ein bisschen mein rand genießt einfach ein bisschen das gameplay oder auch nicht ich hoffe das passt einigermaßen ja dass ich dann ein bisschen gut abschneide ja ich wünsche euch viel spaß damit vielen dank und los geht's ohne neue karte gleich weg vom fenster hier gleich weg zack wow die habe ich ja noch gar nicht gesehen sauber und gleich wieder weg wo jetzt sind aber richtige cracks unterwegs schau mal jemand da kann man da rein da kann man nicht rein feindliche drohne in eurer nähe gehen wir mal hier runter feindliche luftschläge in deckung wir verlieren aktiv wollen wir eigentlich die karte mal ein bisschen angucken hier aber oben ist er Ah, hier kann man sich ein bisschen besser verstecken. Da oben. Ach, das Spiel war schon am Laufen hier. Naja, egal. Oh, dann mach nix. Aber die Karte war cool. Passen Sie bei der nächsten Missionsbesprechung besser auf. Ja, wei, Sir Drill Sargent. Oh, mal nach Rang 1 hier. Oh, ja, 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 ja. Hallo? Wolverines, SDF-Operation beginn. Waffen scharf. Oh, cool, so ne Mondmission hier. Astralien. Team Deathmatch. Aber ich spiel eigentlich lieber Herrschaft, aber egal. Nehmen wir mal das Team Deathmatch hier. Okay. Steisel BHand … Oh, ich bin BLM aus. Oh, ich bin Dave. Okay. Oh. Wir liegen in Führung. Na den Brunnen! Wir haben die Führung verloren. Bei den Toiletten! Bei den Toiletten! Wow, wow, wow! Oh, nie! Der Stimm von der Seite! Feindliche Drohne in eurer Nähe! Ah, nee! Den habe ich auch nicht gesehen! Schei, 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 schei! Oh, oh, oh! 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 Scheiße, sind die gut hier, die Leute. Ah, meine Güte. Der Feind hat eine Konterdrohne gesteckt. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Oh, der hat mich auch schon wieder gegessen. Das gibt's doch gar nicht. Ist doch unfassbar, wie schnell die hier sind. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Wieder hoch. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Schön von der Seite. Auf der Treppe bei diesen Drohnen. Lebt unsere Feindliche Drohne. Der war auf jeden Fall von hinten. Oh, das wackelt aber auch ein bisschen. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Ja, gegen zwei kann ich ja natürlich auch nichts anrichten. Sind es meine Regiergründe? Feindliche Drohne. Feindliche Drohne. Ja, endlich mal. Mein Gott. Schaffst du hier nur was mit mehreren. Alleine hast du hier keine Chance. Der Feind hat eine Konterdrohne gesteckt. Verbündete Drohnen und die Stütze. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Am besten bleibt man immer im Trupp hier. Alleine hast du hier absolut keine Sonne. Feindliche Drohne. Da hinten. Jawoll. So muss das sein. Egal. Trotzdem haben wir die noch mit weggerissen. Feindliche Drohne. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Feindliches Ohne. Ja, trotzdem. Die Runde war cool. Hallo. Na, wenn. Was denn? Hallo? Na, wenn. Hi. Ja, ich bin Level 1. Das stimmt. Gerade angefangen. Weil ich gerade angefangen bin. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum ich hier dauernd weg bin vom Fenster. Ah ja, die schmeißen hier alles zusammen. Level 1 mit Level 27. Da hast du natürlich keine Chance. Aber egal. Ja, ja, das stimmt. Ja, hier ist sogar Level 35 mit drin. Level 35, das ist ja der Wahnsinn. Äh, wie heißt du denn? Wir starten in 10. Ich bin leichtes Futter hier. Egal. Da, jetzt haben wir noch ein Level 1 mit drin. Jetzt haben wir 2 Level 1 hier. Egal. Macht trotzdem Spaß. Nur die Harten kommen in den Garten. Okay, Feuer frei. Ich habe mich schon gewundert hier, warum das so schwer ist. Wenn man hier vorm Abschüsse kriegt. Wenn das alles Level 35 hier schon ist, dann ist ja auch keine Sonne. Ja, klar. Ich habe auch so eine Pannwaffe wahrscheinlich noch hier. Die können sich hier alle schon auflösen teilweise und sind durchsichtig. Aber trotzdem ist trotzdem cool das Spiel. So schnell lassen wir uns nicht unterkriegen. Von hinten. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Immer von hinten, ja. Ich darf dem auch schon wieder jemand rüber gehen. Der war so nah, konnte ich nicht sehen, ob das ein Feind war. Oh, ist der schnell. Alter Schwede. Was hat der denn für einen Turbo in seinem Hintern gehabt? Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Ja, diese Runde machen wir nachher eben fertig und dann würde ich sagen, haben wir auch genug erstmal. Ja, genau. Immer von hinten, ne. Was anderes als von hinten können die hier auch nicht. Ist alles so. Ach, das ist mein eigener hier. Kannst du so schnell auch nicht sehen. Jo, 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 jo. Massenbegräben ist eben. Oh, einen Treffer habe ich noch gelandet. Das ist ja der Wahnsinn. Jo, der war noch hinter der Wand. Feindliche Drohne. Der hat uns alle drei platt gemacht hier. Das gibt es doch gar nicht. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Da ist er, da ist er. Ah, das ist so kalt, ja. Verwendete Drohnenunterstützung aktiv. Jeder Zweikampf gegen Level 25 oder 30. Ich halte absolut keine Sonne hier. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Ah, am besten wir sollen nicht im Trupp bleiben. Ah, wieder von hinten. Das ist doch nicht zu fassen, nur. Ich halte mich mal ein bisschen an die Leute hier. Der hat uns alle drei platt gemacht. Ein Mann. Der ist ja unfassbar. Sie treffen einmal, der ist mal sofort tot. Ich muss sie immer 20 Mal treffen. Wahrscheinlich war meine Rüstung noch so schlecht. War das jetzt einer von mir? Nee, weil das kann man nicht so schnell sehen hier. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Da kommt einer, da kommt einer. Ah, wieder von hinten. Oh, die machen uns hier richtig platt. Yo, mit drei Mann. Ast rein. Von links, rechts und von vorne. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Erhöhen Sie die Kampfeffizienz, um die Vorherrschaft zu erlangen. Jawohl. Erstmal eine bessere Ausrüstung hier kriegen. Dafür muss man noch ein paar Runden spielen und erschossen werden hier. Ich bin frei, Wild. Jawohl. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Feindliche Drohne. Das Spiel ist so schnell geworden. Also das ist deutlich schneller als das Call of Duty der letzten Jahre. Verwendete Drohnenunterstützung aktiv. Ja, auch wieder von hinten, ne? Jo. War trotzdem eine geile Erfahrung. Mein Lieber, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen superschönen Abend, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschaut, 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 tschaut. Tschaut, 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 t